. Ich bin ein Kabel der Brüche mit dem Brüche von Burei Chabu, Bishayim HaShem, von der Lege, wo der Ratschischiefe auf den Wald schon schlitten, wo es sich Matriach gewöhnt hat, und gekommen sein, wie so wie der Euland lernt, und wo es mir lernt. Wir beten, dass der Ratschischiefe soll darauf kommen und geben die Verbrüche von dem Chush und dem Zibber. Wir beten, dass der Ratschisch der Ratschischiefe, dass jeder soll kommen und auf einen Tag und durchleren, den ganzen Schuss. Und nicht nur jemand lernt, den Schuss, weil der Kaufen immer der Teure, nur das ist ein Limmut, was jeder eine, was lernt, hat einen Sinn in dem Sprach, das ist klar, was leider seine Bezore, in Zore Gedeule mei, dem Ayan Meso Neu gesteht doch auf dem. Und wir kommen zusammen, alle, Ki Shechot, Balai Wechot, alle, alle Jeden, von alle, von alle Kreisen, auf mitfielen, auf helfen, auf Tom Poulis, der Pule Gedeule, von Lüben der Teure, auf helfen, die Misprachis. Jetzt geben wir hier im Karten, die steht am Mordige, Mordige Worte, da in Zfasemes, steht in den Megile, von Lüben der Teure, in Zfasemes, Und in Ordnung, Herr Dr. Dover, das ist ein Gottlmaheit. Das ist ein Gottlmaheit, das ist ein Gottlmaheit. Wie viele Zeit das Gewözn. Und alle Tage und Tage, die Mordchen ist ein Gottlmaheit. Das Gewözn, 45 Jahre. 45 Jahre, das ist ein Gottlmaheit. Das ist ein Schleimester. Das ist ein Gottlmaheit, das ist ein Gottlmaheit. Nicht vergessen, in Tonapule, misschasset sein. Das ist ein Schleimester. Was hat das Schengetanton verheirat? Hat mitgefühlt mit ihr Zah. Gesogte ja gut Morgen, gemacht vielen gut. Das ist ein Gottlmaheit, das ist ein Gottlmaheit, das ist ein Gottlmaheit. Das ist ein Gottlmaheit. Das ist ein Gottlmaheit. zu der Gule von Kurem. Die Köhre der Teure ist gewaltig. Die Köhre der Teure ist nicht nur ein Gewalt, sondern die Köhre der Teure, die gesehen gebracht von dem Mera-Mashgiyach, bringt er in ein paar Sitz schweichee, als wir kommen zum Choffizchayim, wir kommen zum Heiligen Choffizchayim und wir gebeten erbroche, welche Yid will ich kein Brache, mit keinem Brache von dem Heiligen Choffizchayim. Wir kommen zum Choffizchayim, sagte er in den Gebeten, Rebbe, gib mir ein Brache, Mensch mir, hat der Choffizchayim gesagt, also ich bringte dort, mit der Remfer in der Choffizchayim, was kommt auf mir, was kommt in Morda Avram, kommt der Brache von mir. Ma robu, wo der Brache ist, der Leum mit Pertecher, dem Mishnayis. Was ist ja alle Brache ist, weret, klap, wie ein Brache ist, wie viel Brache, der Brache, wie der Brache ist, ich will nicht, 2020, die ich, in der Bibel, Und als er weiter steht in Tesefte, 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.